Hey Leute, was geht's? Ich bin's wiederum, sorry, jemand warnt, wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wir haben einen Tabellenkurs hier umgeschafft und, oh. Oh god, das ist ein bisschen passiert, Money Trouble. Okay. Okay. Hmm. Warte, muss ich Geld, Geld? Moment, ich hab 10 Holt bekommen. Oh man. Oh man. Oh, miss. Ah. Hm. Tja, Leute, ich würde auf mein Geld ausgeben. Oh man, ich würde. Mal? Okay. Alter, das ist ein Gegner. Klar. Ich hab Geld mal zum Ausgeben, ey. Das ist so nett. Ach Moment, ich habe eine gute Idee. Oh man. Uh. Okay. Na ja, was attack last? Okay. Okay. Okay, okay. 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 Das ist sie. Mountain. Ich hab's doch jetzt noch weiter. Das hat mir schon einfallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hab die eben ohne Hörner. Toll. Nachher machen wir dich fertig. Jetzt müsste es voll schwach sein. Moment, ich mach nur zwei Damage. Ich wollte schon sagen, what the fuck. Wieso habe ich mir zwei Damage gemacht? Oh, fuck. Yeah, Quell ist komplett weg. Ich bin aus, ich weiß nicht. Okay, ich weiß nicht. Okay, ich bin jetzt der nächste. die leute was geht ich bin so ich kann und wir machen weiter wie aufgehört haben wo haben wir jetzt mal aufgehört faktor sicher nur wir haben den gottes des bärs vernichtet nehmen wir aus gehen mussten ich habe daraufhin oft ein kleines haus gefunden was repariert werden musste da habe ich habe mir das ein heller getrailt verschwindet deswegen hätte das ein fischer gehen können aber naja what the hell oh man nun meine nakama oh das ist ein bisschen Okay, ich brauche Informationen also wieder. So, let's do these. Yeah. Yeah. Oh. Oh, shit. Oh, man, wie klein in dem Moment. Okay. Okay. I am a hero right now. Okay. No. Oh. Oh, Monsteraktik. Egal. Danke. Genau das habe ich eigentlich gesucht. Jetzt will ich mal schnell hier oben gucken. Rainer. Drei-ing-wand. Niedlich. Das ist okay. Ich will alle gerne... Ja. Das war knapp. See ya. Das ist okay. Das ist das easy, Mann. Uh. Da war der Schlachter. Nevermind. Oh. Hier haben wir nämlich auch mit. Who the fuck are you? Okay. Hey. Danke. Monster. Noch ein Monster. Ich bin ja so ein Fan der... Ich muss alles klären. Miss Bunny. Oh, schick. Danke. Stone Healer. Wusste ich doch nicht. Ich kriege einen Titel hier. So. Machen wir die Ferry. Wuh. 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 Jetzt verifgesch learned nicht. Also. Ich komm her auf. Wuh. 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 Fuck, I'm back! Let's fuck her up! I'm gonna call it the Kavale from Fairy Tail! Ah, it's okay! I don't know how many of them I've already defeated... Three? Four? I don't know, guys! Yeah, we got it, guys, we got it, 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 we got it! So beautiful, I think! Gott sei Dank, Leute, danke für so ein bisschen der Knacken-Pace! Hey, Leute, was geht's? Was geht? Was geht? Was geht's? Ich bin's euer Sorik-Mantuan und wir machen dort weiter aufgehört. Wo haben wir jetzt mal aufgehört? Nun, wir haben unsere Freunde, die Steinbewanne sind und sind befreit und wow! Wow! Ich mache's biens an, was geht's Democratic dazu! Dann click einfach! lamation found! ... Anomplex 2. Vielen Dank.